Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge... Was? Was? Ja, du bist einfach abgehauen, du Penner. Ich sag's, wir kommen hierher. Hä? Lebt wohl. Ach so. Ah. Lebt wohl, trotzdem. So. Lass du dich unter den Eingang. Oh ne, schade, ich doch nicht. Boah. Boah, ja, war ja... Hä? Das soll, das soll eine Stufe schwerer sein? Alter! Oh ja, das ist eine Stufe schwerer. Ja. Hui. Die kommen zu da drauf. Die halten mir aus. Gut, dachte schon, du hast irgendwie... Leben verloren. Ähm, Maka? Ja? Obwohl, nee, ich warte erst mal. Alter, was? Nein. Alter, ich wollte gerade sagen, du missgebürtige Fotzei, Alter. Ich weiß nicht, ob du das gebrauchen kannst. Ich guck mal. Ist nicht so... Nee, leider nicht, nee, jetzt nicht. Aber trotzdem, danke. Ich hab nämlich gesehen, ohne alles. Ja, die halten mir aus. Hier hinten hängt was explodiert, ey. Tja, jo. Ja, aber so ist das auch richtig, Alter. Mehr aushalten. So, wir sind jetzt noch Profi, ne? Ja. Arkan-Staubi, ey. Ja, ist jetzt eine Stufe... Ist jetzt eine Stufe höher. Mal gucken, ob sie sich halt... Weil das war vorher wirklich super... Ja, das geht gar nicht. Aber weißt du, was das Ding ist? Ich hab ja mit dem Barbaren nochmal angefangen. Aus Just for Fun, weil ich irgendwie die Appel schieben wollte. Und da hab ich so von vornherein auf Profi gemacht. Und da ist es wirklich... Dann ist es wirklich schwerer. Wir haben jetzt schon so viele Sachen, die wirklich für einen anderen Schwierigkeitsgrad sind. Das ist das Problem. Alter. Vor allem... Hier gibt es ordentlich... Ähm... Oh, was war ich denn? Ja, das ist ein Gegner. Ja, ja. Legenda, ja. Siehst du, wir müssen gleich eine neue Session machen. Oh, Erfolgungsbonus. Ja. Ach, ein Gürtel schon wieder. Das gibt's doch nicht. Oh. Alter, du brauchst mir Sachen entgegenzuwerfen. Tschöllo. Du hast sie, Alter. Gürtel des Ordnungs... Alter, sag mal, sind die Ideen los, oder was? Oh, ich hab neue Fähigkeiten. Stimmt ja. Wieso krieg ich denn schon wieder das Gleiche? Wieder ein Gürtel des Ordnungsführers, ey. Ich hab... Weißt du, was ich das Gefühl hab? Dass man einfach noch stärker spielen muss, um andere Sachen zu kriegen. Nee, glaub ich nicht. Doch, doch, doch. Weil es ab einem bestimmten Schwierigkeitsgrad geht es nämlich so, dass man, wie heißt das, andere legendäre Sachen ab Level 70 findet. Also das mit den Schwierigkeits-Dings verstehe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig. Das ist ja anders als damals. Ja, das ist ja... Weißt du, Tanka, das weißt du doch. Du hast doch ein Gürtel schon... Ja, nein. Das hab ich... Ja, aber das hab ich nicht mehr so wirklich gespielt. Doch, da hab ich dich sogar gefragt, wie du das fit bist. Und dann sagtest du, das ist ganz okay mit den Schwierigkeitsstufen. Ja, aber da war es noch anders. Die haben das ja nochmal verändert. Glaub ich. Weiß ich nicht. Oh Mann, das ist so lange her. Ja, die halten wirklich extrem viel mehr aus. Da könnte ich jetzt eigentlich im Prinzip meine ganz starke Waffe... Nee, alter, auf gar keinen Fall. Der bist du immer noch. Der bist du über 1000 stärker als ich, verdammt. Also wir wollen es hier nicht übertreiben, mein Junge. Der bist du weit über 1000 stärker als ich. Alter. Ich denke, dass ich immer noch sehr langsam bin. Ja, trotzdem. Du bist ja das dadurch trotzdem. Wenn du schneller wärst, würdest du dir auch mehr, wie heißt das, viel Schaden machen. Ich brauch aber langsamer, um einen starker zu machen. Oh, warte mal. Oh. Probiert. Ach ja. Mein legendäres Amulett. Mein Klubschauge. Oh, alter. Ich knabber mir mal. Oh Mann, ich kenne hier so viele... Ich habe hier so viele Eisbombons. Magga, du musst jetzt in meiner Weihe bleiben. In meinem Eigisfeuer in Plastien. Das können sie nicht passieren. Habe ich doch auch sowas. Echt, ja geil. Hast du das auch drin, oder hast du so? Ja, siehst du, ich habe es jetzt drin. Ja, bei mir ist der Radius ziemlich klein, deswegen... Ja, ich will das mal probieren. Ja, ich will das nicht, sonst weißt du. Ja, habe ich auch schon mal bei mir gestert, aber das funktioniert auf jeden Fall. Alter, ich wollte da gerade drauf gehen. Geil, was für ein Zauberer. 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 Alter, wieder weg. Wie gefällt es das? Ich liebe meine Scharfschützen sozusagen. Also die sind echt geil. Mhm. Das hält immer so viel aus, diese Schleimspucker-Scheiße. Hält einen voll auf. Die halten einen auf. Ich finde die Schleimspucker-Scheiße anstrengend. Oh, okay. Oh, ich brauche was, ja. Oh, Alter. Oh, das wollte ich jetzt nicht machen. Oh, schwee. Was? Monetarisierung war aus. Aber das ist ja eh aus, weil es ja... Aus. Bam, bam. Klopper, klopper. Ach, stimmt, das ist ähnlich. So eine Spiele kann man nicht mal monetarisieren, hätte ich nicht. Ja, man kann ja nicht mal mehr hier zum Beispiel Team Fortress zum Beispiel monetarisieren, denke ich mal. Ist ja auch halt mit Waffen und so weiter. Ja. Das ist scheiße. Das ist das, was wir jetzt in Kohle verdient haben mit Counter-Strike zum Beispiel, halt dann. Der war ganz sicher, das war einer der größten, wie heißt das hier, Einnahmen-Fälle, denke ich mal. Weil Counter-Strike spielen die doch alle. Ja. Okay. Es krabbelt, es krabbelt, es krabbelt, es krabbelt, es krabbelt, ich bin gerade hinterher gekrabbelt. Ah, war da, geht da. Schlimm, ballabim. Alter. Den hast du aber direkt eine geklöppelt, Alter. Oh, oh. Alter, mehr. Wer hat denn denn da eingefroren? Juhu. Alter, das war nice. Diesen Schwierigkeitsgrad finde ich gut. Oh, weil, neu, was, ich kriege nichts Gelbes durch den, wie heißt das jetzt hier, äh, durch den Scheiß, ne? Aber was Gelbes durch die Leiche liegen da. So, ein neuer Helm für mich. Mhm, 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 mhm. Höhöhö, ich hab Hörnchen. Nenn mich Hörnchen, denn ich habe Hörnchen. Alter, noch mehr, ähm, noch ein wenig für mich. Wer das Arclet Flake kennt, der weiß, was er jetzt weiß. Hä, was? Was war das denn? So, ja stimmt, Hörnchen, was hast du denn da gemacht? Weiß ich nicht. Hier kam gerade ein Funken drauf. Äh, wahrscheinlich irgendwas, äh, irgend so einen Bonus gehabt. Achja, irgendwas zu ändern, ne? Oh, hier sind gleich die nächsten Goldene. Ah, ich will hier leben, was? Oh, scheiße. Das war, aber doch, das war ganz gut. Rein! Hier! Das war's, ich hab Leben verloren. Oh, Alter. Arm-Fletter-Mäusel. Alter, meine Waffe. Ach ja, ich hab dir immer noch diese Testwaffe mit mir. Eine Uraltwaffe. Was? Alter, so eine Uralte Waffe, die ich noch vor, äh, vor, äh, Wur-Souls hab, hier. Okay. So, ja, davon hab ich auch noch einen. Oder besser gesagt, alle eigentlich. Ja. Oh, das ist das Blut. Alter. Hier oben, oben oben. Ich hab' dich gehört, mein Junge. Ist hier ein... Ich hab' das. Da war ein Felswurm. Ach so. Oh, und noch mehr. Oh. Alter, ich will hier nur aufsammeln. Oh. Ich dachte, ich wär' so'n Schatz-Domben. Oh. Hä? Zweimal cool? Geil cool, du hast zweimal cool hinter dir. Hä? Ah, ne, hinter mir läuft. Ich hab' überhaupt gar keinen cool hier. Zweimal cool ist bei mir oben rechts. Ach so. Oh. War hier nicht irgendwann, war ne, auch nicht cool? Ja, vielleicht hier oben. Ne, da ist gar nichts dabei schon. Ach so. Ja, ich noch nicht. Alter, ein Kriege mit 100 Schaden. Einmal nicht. Aber das ist so fies, dass ich jetzt... Das ist so ein Helm. Und ein Hammer. Hammer? Hammer ist immer mal für mich. Komm, einfach mal testen. Aber hier unten, hier unten links kann man noch lang. Alter. Der sieht immer nice aus. Wie viel Damage macht der? Äh, darf ich nicht sagen. Ach so. Ah, der muss mir auch mal gleich gehen. Die Götter handeln durch mich. Ähm. Wie Schaden macht denn der? Ähm. Du, 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 du. Schwierkeitsgrad gibt's nicht mehr für mich. Sag mal her, das Ding. Der ist eigentlich ein billiges Teil, aber... Obwohl billig ist es überhaupt gar nicht. Ach, du Scheiße, Alter. Hm? 2... äh, 236 Vitalität... äh, 225 Vitalität. Genau. Mhm. Und wie viel Schaden machst du damit, Harry? Hm. Also mit meiner herzigen Waffe 2800... äh, irgendwas Schaden. Und mit der hier 4300 Schaden. Ja, nee, ist klar, Alter, Alter. Ja, bloß auf, Harry, Alter. Oh, das Ding hat sogar Blitzschaden. Das heißt, der... Ach, der... Der leuchtet, das sehe ich ja jetzt erst. Wann bist du blind, ey. Uh. Ich will... Ich will sowas als, äh, äh, Nodachi haben. Hm? 18% Abkling... äh, Zeitreduktion. Das ist auch so eine Abklingproduktion. Ich will Nodachi, Alter, das ist ja krank. Hm. M-m-m-m-m-m-m-einen Hand, Alter. Mit einer Hand und Nodachi tragen, ne? Ach, jetzt müssen wir uns oben wieder durchkämpfen, ne? Ihehehe. Oh. Alter. Trüben, Krastall. Cool. Hilfe! 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 Fuck, oder? Der hat gerade so Goblin rausgegeiert, Alter. Hehehe, Fatsch. Oh, Alter! Oh, ich muss mal kurz die Fähigkeit wieder ändern. Schildstoße. Ich will das Kreuz besser als, wie heißt das hier, nur nach vorne. Flächenschaden ist irgendwie geiler. So. So. Ja, toll, toll. Alter. Hör, 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 hör. What the hell, Alter? Hast du gerade gesehen, dass ich mit dem Setzen bewegst wurde, ey? Der hat doch nicht der Hand. Ohohoho. Alter, was hab ich hier? Ich hab ne Dschungel. Ey, what the fuck, Alter? Wo kam er denn noch her? So ein kleiner Harry. Ach. Ach, Mann, wenn ich was hier... Alter, was ich hier alles fabriziere, ist der Hammer. Wie heißt das hier? Ähm. Ach, Mann, wie heißt die Schlampe? Äh, wacker, wacker, wie heißt die nochmal, die alte wacker, wacker, alte? Äh, weiß ich. Ach, Mann. Diese... Ah, die so... Ah, Mann, mit den Knochen in der Hand, wenn du was alles klar hast, wie du weißt das? Äh, ähm, ähm... Äh, wie heißt die nochmal? Ich weiß gar nicht, was... Äh, 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 die sagt Char... Äh, die sagt Char mit... Da, wo... Wie heißt das hier? Nur für... Ähm... Nee, die Hexen-Doktor, genau. Tja, ich hab das Geld nicht gekriegt. Achso, ein Gürtel. Ich hab schon wieder... Oh, Alter, noch ein Helm. Komm, leg ich den auch an. Oh. Wie siehst du denn auch an? Hm? Ist der auch so gut? Äh, ja. Ich bringe alles grün. Zwar nur relativ wenig, aber immerhin. Ich find's echt richtig, dass du an dauernd... Wirklich, an dauernd Sachen findest, die du was weiterbringst. Wenn ich hier so umkoppelde mit meinen Sachen, die ich mir noch zum Punkt beziehen kann, hab ich mir noch mal gehört. Alter. Hallo? Was ist hier los? Da war doch nur ein... Alter! Leck mich! Ihr kleinen Pimmel! So. Daumen, die mir... ...bemut. Okay. Die sieht man immer nicht! Ein Tagebuch. Oh ne, schade. Ih! Äh, ih, ih! Äh! Du lässt hier... Du bist einfach zu schnell. Was denn? Ist da noch einer gekommen? Ja! Da kommen immer welche nach. Ach so, ja, hier ist das nächste Punkt. Mein Blut ist in der Nähe. Ich kann es spüren. Sie haben ein wenig davon auf der anderen Seite des Portals. Oh, bin ich schnell. Ach, aber man, ich lauf immer falsch. Nee, Raserei ist, ähm, äh, angriffsgeschwindigkeit und da ist hier, ähm, äh, stärker. Ja, 3.500. 3.500. Oh, was zur Hölle! Ist der zersplittert. Optisch einer der schönsten Attacken. Ja, der sieht echt aus. Oh, hier ist... Oh, Action! Oh, ich kriege gerade nur Sachen, die ich nicht tragen kann. Was? Ich habe eine riesige Axt, die kriegt, die aber weniger Schaden macht. Obwohl die mehr Schaden hat. Das ist ja komisch. Wegen meiner Stärke. Ich kriege zwar mehr Leben, aber weniger Stärke ist da drin, scheint leider. Oh, da oben. Uh, da oben geht's wieder ab. Oh, Gemüse! Keine Lobdieren! Heilige Scheiße! Ich muss die Eins häufiger drücken. Oh, da unten! Wir reden einfach so Gemüse hier. Oh, was? Alter! Oh, man! Alter! Tja, pass auf, ich lese mal vor. Makellose Amethyst. Nee, leh, leh, ach so. Makellose Amethyst. Makellosers Mark. Was blau ist. Ey, Mann! Warte. Zwei Trübe Kristalle, noch ein Trüber Kristall. Ähm. Gelbe Sache, gelbe Sache, gelbe Sache. Goldene, goldene Sache. Was? Was? Bei goldene Sachen. Zeig mal bitte die beiden Sachen. Ja, zeig mal bitte die beiden Sachen. Äh, goldene. Ja, ja. Ich hab das noch nicht aufgeraumt. Och, schade. Ich krieg immer, ähm, äh, Schilde mit, äh, Geschicklichkeit. Das ist voll doof. Ich identifizier erst beides. Neue Transmitglied dazu. Binderglaube. Oh. Oh! Äh, äh, Alter. Äh, Schildstoß. Nur Kreuzritter. Oh, das ist geil. Ist das denn ernst, Alter? Kritischer Trefferschaden um 40% erhöht, Alter. Oh, nice. Und, ach so, hä? Beigeudene Sachen. Rakos. Ach, das ist ein Amulett? Ja. Ach, das hab ich auch. Echt? Aber jetzt da, drin? Nee, nee. Nee, du hast doch das mit dem. Das ist, äh, das hab ich, äh, 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 ist noch eines der ganz alten, äh, Teile. Alter, Schild. Zwei Sachen. Zwei. Respekt. Wollen wir mal, wie sieht das jetzt aus? Ähm. Ach, das ist so ne Maske, so mäßig, Alter. Boah, Alter. Ich seh aus wie Jason, Alter. Nur ein bisschen kranker, Alter. Bleib mal stehen. Ja, mein Schild, Alter. Das ist das Nervige. Alter. N, 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 ne Stachelmaske. Ich seh aus wie ein Masochist. Wir müssen so, ich muss in die Stadt, weil ich hab, äh, bin voll. Jetzt, äh, jetzt darf ich dir nicht mehr auf die Fresse hauen, weil dann, dann hab ich blutige Hände. Na, das warte. Digga, zwei goldene Sachen, Alter. Was ist denn los, Alter? So, Schild. Weg. Das. Weg. Das. Äh, weg. Das. Hm, könnte ich noch erstmal behalten. Das. Weg. Das. Ist leider eine Zweihandwaffe. Und extrem. Alter, ein Run, drei goldene Sachen. Wie viel Schaden macht deine Waffe? Äh, 160,4. Hm. Die hat aber auch Stärke, ne? Äh. Ja. Ordentlich. 200 fast. Och Gott. Das ist das Problem. Ich leg dir mal hier eine Waffe hinbei, ähm, und Dings. Okay. Ich war da klein. Aber ich glaube nicht, dass die, äh, die dir was bringt. Ich schau mal noch. Zweihandwaffe. Noch ein bisschen mehr Schaden, aber Erholung, Alter, ganz schön wenige. Äh. Weil die Waffe hat plus 1, um 1,4 pro Sekunde erhöht, die, die, die Zorngeneration, weißt du? Das ist echt krass. Uh. Welche, deine, oder die? Ja, meine, meine, meine. Achso. Ja, ich mach 80 mehr Schaden dadurch. Ne, das lohnt sich leider nicht so. Aber trotzdem, danke. Ich leg dir die hier wieder hin. Hm. 9000 Regensteine. Sehr gut. So, was hab ich denn hier so alles, was ich tragen könnte? Geil. Pfff. Oh. Paulus Kyras. Aber leider, nein. Nein. Alter, sieht die Maske krank aus, ehrlich, ey. Boah, ich seh das gerade hier im Bild, ey. Iiiiih, ist das übel. Das hier alles kann ich erst ganz viel später tragen. So, ähm. Das da rein, das da rein, das da rein. Ganz ehrlich, bei Ritter, also bei Kreuzrittern kann man echt nur die Farbe schwarzen nehmen, weißt du das eigentlich? Ja, bei mir ist es, äh... Alles andere sind glücklich. Boah, ich, ich drücke immer WASD. Also bei mir, meine Rüstung passt momentan überhaupt gar nicht. Ey, ich will mich mal gelb machen. Oh, ja, danke. Mach ich mal dieses gelb. Gold-Färbemittel. Na, ich kann entweder weiß oder halt Gold nehmen, was anderes ist echt scheiße für meinen. Ach, die sind schon Gold? Ernsthaft? Ne, die sind reines Färbemittel. Ne, das gibt's auch, das ist, wer ist das hier? Ich hab auch schon mal schwarze Sachen gefunden und denk so, hä, warum kann ich das nicht schwarz machen? Und dann war's schon schwarz. Toll. Jetzt hab ich nicht aufgepasst. Na, egal. Witzig, dass ich für andere echt was finde, alles und so, ne? Aber... Aber für dich echt nicht. Ach du Kacke, was hab ich denn da... Das lohnt sich nicht. Ich hab was gefunden, was mir was finden, alter. Hä, wo hab ich die Waffe... Ach, die Waffe muss ich zum Schluss gefunden haben. Was? Bisschen schneller. Oh. Aber die Regeneration, was soll ich machen, ehrlich gesagt, das ist leider einfach kacke. Alter, das dreht sich so schnell. Lohnt sich überhaupt nicht, aber egal. Ach, das kann nicht gefärbt werden, okay. Leck mich doch. Das kann auch nicht gefärbt werden. Ach, du Schatz. Ach, du Schatz. Oh, meine Waffe. Ich hab ne neue Waffe gefunden und... Ja. Was soll ich sagen, wenn ich in deiner Nähe bin, mach ich 4400 Schaden. Alter, ich hab meinen Schaden grad verdoppelt mit der Waffe. Gut, dann darf ich ja jetzt meine Stärkseffer vertragen. Danke. Alter. Ja, wenn du auch, wie heißt das hier denn, so und die Mast, also... Ja, 4480. Ja, siehste. Ja, dann auf jeden Fall, klar. Weil ich wollte den nämlich jetzt heimlich tragen, deswegen... Gut. Ich glaub, sie hat sich erledigt. Hast du das nicht gesehen, du Mongo, oder was? Doch, doch, das schon, aber... Ja, siehste. Ich hab mich ja wenigstens zurückgehalten, aber jetzt darf ich. Alter, guck dir mein Schwengel hinten an, ey. Ey, bitte, was? Guck dir mein Schwengel hinten an. Bist du etwa ein, äh, hier, Mutant oder so? So, warte mal. Ey, du hast da was unten runterhängen. Ey, komm auf Toilette, Junge. Ich kote gerade. Ja, merk ich. Das riecht auch so danach. Boah, Alter, das ist echt übel, Alter. Alter! Schlag mal damit zu. Äh. Geht ja leider nicht. Doch. Ich hab doch, ich hab kein... Wie? Du musst, ähm, Shift gedrückt halten. Ja, drück ich doch, und dann mach ich meine Anfangsattacke. Das ist hier dieses... Hä? Du kannst... Niederschlecht. Du kannst nicht, ähm... Ich... Normale Schwengel machen. Vom Ding her schlag ich mich. Nein, wie denn? Du doch auch nicht. Naja, nee. Ja, siehste? Ja, wo? Ich mach meine Fähigkeit, die auch da ist, deswegen. Ich schlag nie zu mit. Es sei denn, ich hab keinen Mana mehr. Dann schlag ich zu mit. Ach so. Meine Waffe ist nur Schmuck, sozusagen. Ach, jetzt. Ach was, guck mal, geht das los? Wow! Die halten aber auch nicht was auf. Aber wir machen auch echt richtig, auch die Damage, Alter. Ja, das sind diese Schilder. Und schon wieder ein Schilder, Alter. Alter. Ich krieg in letzter Zeit nur Schilde, das ist Kacke. Diese Schildviecher sind aber... Alter! Warum können die nicht mal mit Stärke sein? 400 Rüstung. Hä? Aber was soll ich mit dem Kack? Weil du halt rein gar nichts hinkriest. So, stopp. Äh, wir sind bei 28 Minuten. Iiiiii. Oh, ich hab neue Sachen auch noch, ne? Äh, Leute. Ne, ich hab noch gar nicht geguckt. Der wird 40, deswegen. Machen wir mal. Ich hab jetzt auch noch nicht so richtig geguckt, aber... Machen wir gleich. Warte mal. Dann wollen wir noch schneller. Ich mach das dann. Ja, wir haben ja eigentlich noch zwei Minuten. Stimmt, äh, beim ersten Angriff über eine kurze Distanz und getroffene Gegner erleiden zu und sich in Heidenschaften überzeiht. Oh, nett. Mantra. Ne, brauche ich nicht. Was habe ich hier Neues? Eifer. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit von Geistes... Kraft erzeugern um 15... Ne, brauche ich nicht. Macker, was möchtest du haben? Erhöht zusätzlich eure Bewegungsgeschwindigkeit und die eurer Verbündeten. Außerdem könnt ihr und eure Verbündeten euch ungehindert durch Gegner hindurch bewegen. Oder, ähm, erhöht zusätzlich euer maximales Leben und das euer Verbündeten. Oder, dem Gebot Nachbund zu verleihen, reduziert außerdem euren erlittenen physischen Schaden. Was möchtest du? Ich glaub durchlaufen und wie heißt das hier, ähm, äh, heilen, ne? Ja. Ach, doch, klar, leider nichts Gutes, nur das war. Lebt wohl. Warte. Wann ist jetzt das? Äh, ja? Gehen wir. Ihr habt meinen Dank. Hier entlang. Zu mir, zu mir! Gott, ich lasse ich mich nicht beirren. Ja? Wartet. Ja, ich bin gleich fertig. Wir müssen gehen. Gehen wir. Wir müssen gehen. Gehen wir. Donnerfäuste belegen eure Gegner mit einer statischen Aufladung. Jedes Mal, wenn ein Gegner von euch mit einer statischen Aufladung getroffen wird, besteht eine Chance, dass alle Gegner mit statischen Aufladungen in der Nähe Blitzschaden erleiden. Was? Ich hab auch irgendwas mit Blitzschaden gekriegt. Gehen wir. Aber hab ich nicht. Gehen wir. Wow. Nice. Kamiamiya! Ich behalte mal das Kamehameha. Bleibt standhaft. Auf Wiedersehen. Bah. Tschüss.